Drei Szenen auf einer Alm bauen sich aus dem Nabeza. Eu und Utla, die Frau von ihren Träumen. Der Tief hat es verbarbt mit diesen Drehs und macht die Poppa lebendig. Das ist seine Dunsche. Und in der Nacht lässt sie die drei Herren so richtig heran. Nein, schau her! Das sind Sie, so weit wir raus, wer Sie sind. Dann bringen Sie sicher nicht aus Ihren Haus. Entweder nimmst du mich oder steckst in die Zelle. Das ist der Dämon. Doch. Es ist nur ein Messer. Ich stelle den Schweib und mich Kindermorde geht zur Flucht verholfen. Toad, es geht doch gerade nicht. Sette der Toad schon mal einem Polizisten in den Geister glaubt. Armin! Sette der Toad schon mal einem Polizisten in den Geistern. So, Bob, ist das doch eine Unklärung, hm? Aber jetzt weiß ich ja, allein ist wie ein Korb. Ich bringe sie um. Ich bin kein Mensch. Das habe ich. Ich bin ein Tüfel. Seh's, ist diese Entunschi? Ja, das ist ein schlechter Witz. Was meinst du damit? Ich habe den Schluss von dieser Geschichte noch nicht erzählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017